Guten Morgen, liebe 96-Fans. Es ist Dienstag, es ist 11 Uhr und es ist eisig kalt. Das hält unsere Jungs dennoch nicht davon ab, hinter mir gleich Vollgas zu geben. Mit dabei ist auch Niklas Füllkrug, der nach zweiwöchiger Verletzungspause bereits gestern wieder ins Freundschaftstraining eingestiegen ist. Oh no! Oh! Oh, man! Woo! Ah! Oh, man!